Bevor wir loslegen, ein kurzes Wort in eigener Sache. Ich melde mich aus meiner kurzen Kreativpause im August zurück mit der definitiv letzten Folge vom Atlantis-Werkstatt-Vlog. Diese Folge hatten wir noch auf Lager rumliegen, um sie gegen Ende der Serie rauszuhauen. Eigentlich hatten wir vor, zu jedem Roman, der erscheint, eine eigene Folge zu produzieren, aber das hat aus zeitlichen Gründen leider nicht hingehauen. Im Herbst geht es wieder weiter mit unseren normalen Inhalten, beispielsweise dem Spoiler-Alarm. Das hier ist jetzt nur so ein kurzes Leckerli, um die Pause zu überbrücken. Viel Spaß! Singen wir wieder? Du weißt, was jetzt kommt. Ja. Way down! Lassen wir es grün? Ja. Ich hoffe, du siehst nicht so kränklich aus vor diesem grünen Hintergrund. Ich mag grün. Dann magst du sicherlich Sichu-Dogsteiger. Ja, das ist eine coole Heldin. Apropos kränklich, das war jetzt eine blöde Überleitung. Mir ist irgendwie aufgefallen, es ist ein reiner Frauenhaufen, den wir da haben, bis auf Perry, oder? Ja, stimmt. Es gibt natürlich noch männliche Figuren, aber die gehören ja jetzt nicht so unbedingt zu den Helden mit dazu. Das stimmt. Ich hoffe, dass es keinen gibt, der sich da wirklich ernsthaft dran stört. Ich meine, das ist 2022. Wie kommt mit Frauenfiguren klar? Das ist doch auch nicht schlimm, Mann! Frauenpower! Ja? Ich habe halt überlegt, wen nehme ich da jetzt mit ins Boot? Weil wir haben natürlich unsere Bestandsfiguren, ja? Also die Helden, die man schon kennt aus der Ursprungsserie. Und die sind halt größtenteils männlich. Wir haben eine schwangere Hauptfigur. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, liebe Lucy. Du bist schwanger. Nein, die Wahrheit ist, ich war noch nie schwanger. Ich weiß gar nicht, wie das ist, schwanger zu sein. Und das ist was, was du mir eindeutig voraust. Da habe ich dir was voraus, ja, sogar doppelt. Also du bist zweifache Mutter? Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich dich so ein bisschen ausgenutzt habe als meine schwangeren Ratgeberin, damit der Harry in diese Exposés keinen Unsinn schreibt. Und damit die anderen Autoren dann natürlich auch keinen Unsinn schreiben. Ich glaube, ich bin auch im Autorenteam die Einzige, die irgendwie mal schwanger war. Wie war das so für dich? Nein, ernsthaft, hat dich das gestört, dass der Harry alle 43 Sekunden zu dir gekommen ist und gefragt hat, wie ist das, kann die schwangere Frau das und das machen? Nein, gar nicht. Ich meine, ich habe ja an anderer Stelle schon gesagt, ich frage ja auch in Peter Stachgruber ständig kein Raumschiff, das und das machen. Ich habe auch schon bei Neo zum Beispiel, wo ich Figuren hatte, habe ich auch schon andere Leute gefragt, die sich damit besser auskennen und habe dann gesagt, hier, funktioniert das so? Fühlt sich da jemand angegriffen? Kann ich das so schreiben? Waren blöde Fragen dabei? Nein, es waren Männerfragen dabei. Gib mal ein Beispiel. Blick ins Nähkästchen. Kann man als Schwangere schwimmen? Das war jetzt schon so eine Frage. Ich kann mir das überhaupt noch vorstellen. Ich weiß, du hast da irgendwie so diesen Kloster vorm Bauch hängen und der zappelt dann auch noch rum. Also ist man dann ängstlich, wenn man ins Wasser geht? 1.000 Fragen. Wir haben sie übrigens gelöst, indem wir beschlossen haben, dass die Figur nicht schwimmen kann. Das war dann aber das Thema erledigt. Aber das ist natürlich, das ist auch in der Hinsicht eine witzige Frage gewesen, weil heute machen sich Schwangere ja viel mehr Gedanken. Ist das Wasser auch wirklich keimfrei? Kann ich da jetzt reingehen? Und man soll auch nicht in offene Gewässer gehen, wegen der Keime. Tatsächlich hat das wahrscheinlich eine Frau zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht interessiert. Die haben wahrscheinlich auch darauf geachtet, was sie essen und was sie vertragen, was sie nicht vertragen. Aber ob sie jetzt ins Wasser gehen dürfen oder nicht, wird sie wahrscheinlich nicht interessiert haben. Wie war das für dich? Ich bin mir nicht sicher, du hast wahrscheinlich auch noch nie eine schwangere Figur durch einen Roman steuern müssen. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, eigentlich auch nicht anders, als ob man jetzt über andere Figuren schreibt, weil es für mich ja jetzt auch nicht fremd war, also das Gefühl an sich oder die Erfahrung an sich. Da sind mir andere Figuren schwieriger zugänglich. Auf the record, da schreiben wir raus, welche denn? Also Rowena finde ich schwieriger tatsächlich, weil ich finde es weniger schwierig, homosexuelle Figuren zu schreiben, was ich ja in meinen Krimis teilweise schon gemacht habe, als eine asexuelle Figur. Aber homosexuell, da kann man sich was darunter vorstellen. Ja, das ist einfach nur andersrum. Du kannst dir als Frau vorstellen, dass du einen Mann toll findest, weil du ja sowieso Männer toll findest. Du kannst dir als Frau auch vorstellen, dass du Frauen toll findest, ja. Aber asexuell ist so ein ganz anderes Thema, ja, dass man so, weil es einfach ganz anders ist und jenseits der eigenen Erfahrungswerte liegt. Ja, das ist eine schriftstellerische Herausforderung, ne? Vielleicht hast du mal den Teil doch drin. Ich finde das gerade so interessant, was du gesagt hast. Also ich meine, das muss man als Autor ja können, man muss sich da reinversetzen können, aber es ist weitaus schwieriger, als sich in eine Schwangere reinzuversetzen, wenn man selber schon mal schwanger war, ja. Das wird für dich schwieriger gewesen sein, dich in Casey reinzuversetzen, als ich. Ich fand Rowena einfacher. Ja. Haben die anderen Autoren dich da schon mal genervt? Bis jetzt noch nicht, aber wir sind ja auch erst am Anfang. Also der Tag, an dem wir das aufzeichnen, ist es noch 2021. Wir verraten jetzt das große Geheimnis des Produktionsvorlaufs und sie ist gerade zwei Drittel durch mit ihrem Roman? Ja. Ja? Also ich steuere dem Ende entgegen, sagen wir es so, ja. Der Autor von Band 3 hat ein Drittel und der Autor von Band 4 hat, glaube ich, noch gar nicht mal angefangen. Ja. Das heißt also, die ganzen wirklich toughen Fragen, die kommen noch auf dich zu. Ich überlege gerade, ob Autor von Band 3 schon mal, aber ich glaube, er hat mich schon Sachen gefragt, aber noch nichts in der Richtung. Mhm. Es ging, glaube ich, um die Klamotten, ne? Genau, es ging natürlich um die Klamotten. Diese Schwangerschaft spielt eine Rolle für den Plot und auch für die Auflösung von dem Plot. Spoiler. Wird die später sehr, sehr wichtig sein. Also es hat einen Grund, warum die schwanger ist. Also es ging mir darum, halt einfach eine Figur zu erfinden, die irgendwie liebenswert ist und mit der man mitfiebert. Und die muss halt ein Problem haben, was es zu lösen gibt. Eine Aufgabe, eine Quester, wie der Kai immer sagt, ja. Und sie hat ja durchaus eine wichtige Quester, also das ist ja... Zuerst habe ich gesagt, die Frau ist krank und sucht ein Heilmittel für sich selbst. Aber in dem Moment hast du halt eine Figur, die völlig egoistisch handelt. Es gibt so im Amerikanischen beim Drehbuchschreiben so diesen Begriff Save the Cat. Save the Cat, ja, wollte ich auch gerade sagen, gibt es auch ein Buch dazu. Sie muss jemand anderen retten, nicht sich selber. Heldin ist sie erst, wenn sie selbstlos ist. Genau. So, also durfte... Jetzt ist sie nicht rein selbstlos. Sie ist nicht rein selbstlos, es geht auch so ein bisschen um sich selber. Aber mir war es halt wichtig zu sagen, es ist nicht sie, die krank ist. Die zweite Überlegung war dann zu sagen, okay, wir haben jetzt... Sie hat ein Kind und dieses Kind ist krank und sie rettet also ihr Kind. Wir hatten halt bei Mission Sol 1 die Malia Mayun, die halt quasi Mutter ist und ihr Kind dann halt auch irgendwie zurücklässt in diesem Dorf. Und das war mir zu nah dran. Wir hatten das schon mal, das gab es schon. Die zweite Überlegung war das, was macht das für eine Mutter aus ihr, wenn sie ihr Kind da einfach in der Fremde, also in ihrem Dorf da zurücklässt und dann auf irgendeine Mission da in der Weltgeschichte geht, ja. Also musste es schon sowas sein, was so intrinsisch selbstlos ist und da kam die Schwangerschaft her. Also es war einfach eine logische Überlegung, eine logische Herleitung, warum die schwanger sein muss. Und das zweite aber, was ich sehr interessant fand, war einfach, dass du damit deiner Figur Beschränkungen auferlegst, die das Ganze geschichtenerzählerisch spannend machen. Wie gestaltest du eine Action-Szene mit so einer Figur? Also wie wirft die sich in den Kampf, wie verhält die sich auf einer langen Wanderung, wo ihr irgendwann die Füße wehtun und sie nicht mehr weiter will und solche Sachen. Das fand ich unglaublich spannend. Wir haben darüber ja im Autorenteam auch schon gesprochen, dass wahrscheinlich vor allem Männer so ein bisschen von der falschen Voraussetzung daraus gehen, was Schwangerschaft angeht. Das ist ja schon eine Ausnahmesituation, in der sie sich befindet. Also wenn man neun Monate lang in diesem Zustand ist, dann achtet man ja da auch besonders drauf. Es ist nicht sowas wie, ich habe dunkle Haut oder ich habe eine Riesennarbe im Gesicht. So Sachen, die sind einfach so und die bleiben so. Bei einer Schwangerschaft weiß man ja sehr wohl, das ist ein Zustand, der ist endlich. Es ist etwas, wo man ständig drauf bewusst ist, mache ich alles richtig, tue ich irgendwas, was das Kind gefährdet oder was mich gefährdet. Man selber schwebt da ja auch latent in Gefahr. Und gerade damals sind ja viele Frauen auch unter der Schwangerschaft gestorben, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Es ist in dem Fall ein Naturvolk, es ist etwas Naturgegebenes. Aber trotzdem ist es eine Situation, in der eine Heldin jetzt nicht einfach sagt, ich schnappe mir jetzt ein Gewehr und renne mal nach vorne, sondern in dem man wahrscheinlich genau überlegt, hmm, kann ich vielleicht jemand anderen erst mal vorrennen lassen oder so. Oder wenn es darum geht, da durch irgendein Gebirge zu klettern, welchen Weg gehe ich, damit ich jetzt nicht ausrutsche und falle. Oder das Beispiel war auch, welche Schuhe ziehe ich an, ziehe ich. Also die hat jetzt nicht die Wahl zwischen hochhackigen Schuhen oder nicht, aber das ist so ein praktisches Beispiel. Das sind so Sachen, mit denen sich Schwangere beschäftigen und was man übertragen kann auf so eine Heldenfigur auch. Also ich bin ein großer Freund von der englischen Fachbegriffe, ich kenne leider nur die englischen Fachbegriffe immer. Character-driven, also figurenbasiertes Geschichten erzählen. Halt solche Geschichten wie die schwangere Heldin, das funktioniert da sehr gut. Aber der Balanceakt ist halt zu sagen, wir schreiben immer noch eine Science-Fiction-Geschichte. Das war zum Beispiel bei dem, was eigentlich das Problem von Cases Schwangerschaft ist, finde ich wichtig. Weil es musste ja was sein, was zu dem Zeitpunkt der Heldin ein unlösbares Problem ist, was aber durch die Science-Fiction-Komponente irgendwie gelöst werden kann. Habe ich das gut hinbekommen? Das hast du so gut hinbekommen, dass die Bücher vor Ehrfurcht umfallen. Moment. Ach, das Buch ist gefallen, tatsächlich. Das war eh der völlig vermackte, zerkratzte Silberband 1, der hier eigentlich nur so als Dublette hinter der Neuausgabe mit dem schönen neuen Cover steht. So, ja, wo waren wir? Ja, du hast das gut gelöst, aber ich muss sagen, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, oder? Also ohne dich wäre es nicht gegangen. Man muss ja aber auch immer noch zurückdenken, dass auch die akonidische Medizin damals war zwar den Menschen weit voraus, aber nicht so weit, wie sie jetzt zum Standpunkt der Handlung eigentlich ist. Also Wunder wirken konnte man da auch nicht. Trotzdem war sie wahrscheinlich weiter als unsere heutige Medizin. Also das fand ich ein bisschen knifflig, da irgendwie so einen Dreh hinzubekommen. Reicht das? Weiß nicht. Du bist der Chef. Das reicht. Liebe Lucie, tausend Dank, dass du zunächst mal mir als Ratgeberin beiseite stehst. Das ist für mich halt kein Thema, was jetzt für mich natürlich wäre. Ohne dich wäre es wirklich nicht gegangen. Und danke, dass du hier bist und hier warst und mir quasi auch in diesem Werkstatt-Vlog Rede und Antwort gestanden bist. Sehr gerne. Danke, dass du zugeschaut hast. Tschüss. Piesenberger. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.